Grüß Gott und guten Abend. Ich bin Rüdiger Wassiba und ich begrüße Sie zum letzten Subnet-Talk im FS1-Studio. Ab nächstem Jahr sind wir im Techno-Set und heute Abend darf ich begrüßen Boris Czeko von God Entertainment. Boris kenne ich seit mittlerweile sechs Jahren, sind wir gerade draufgekommen. Da haben wir eine wunderbare Aktion gemacht, noch lang vor der Flüchtlingsthematik. Danke, dass du gehst. Ein Abschiebungsbüro für alle. Seitdem war Boris sehr umtriebig mit God Entertainment, war in Hamburg, war in Leipzig, am Real Deal und der Supermarkt, der Zoo, der Human Zoo. Damit übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es ist schon ungefähr ein Jahr her, seit diese Einladung an mich gegangen ist. Und ich habe das natürlich noch damals von Rüdiger wahrgenommen und gleich aufgenommen aus einer Herausforderung für die jetzigen Umstände, also hier in Salzburg. Und es ging darum, dass ich irgendwie gefragt würde, ob ich mich irgendwie da einbringen könnte, ob es jetzt persönlich oder im Namen von God Entertainment, also das ist die Künstlerkollektiv mit dem Sitz in Wien eigentlich, aber auch sehr viel in den allgemeinen, in den deutschsprachigen Raum, vor allem auch in anderen Ländern in Europa. Und da war ich jetzt irgendwie, war ich gar nicht mal am Zweifeln, dieses Angebot anzunehmen. Eher so war ich mir nicht sicher, in welchem jetzt praktischen Kontext soll ich da jetzt was erleuchten, worüber soll ich reden. Und aufgrund unserer kurzen Hin- und Her-Mail-Mail hat sich irgendwie angeboten, das, was schon Rüdiger in diesem ganzen Subnet-Talk versucht, irgendwie scharf oder besser gesagt so klarer darstellen, diese Hacking oder diese, wie kommt man in eine Struktur hinein und inwiefern man da irgendwie gewisse Strukturen hinterfragen kann. Dementsprechend habe ich mir gedacht, was machen wir da, also jetzt immer im Sinne des God's Entertainments, wo greifen wir an und wo sind wir praktisch am bedeutendsten innerhalb der Kultur, innerhalb der Kunst. Und da habe ich mir gedacht, dann würde ich am liebsten vielleicht über diese Repräsentation in der darstellenden Kunst kurz reden. In dem ersten Moment dachte ich mir erstmal, einen theoretischen Ansatz zu kurz zu erwähnen, weil natürlich der theoretische Ansatz der Repräsentation bezieht sich natürlich extrem immer an die postkoloniale Theorie, angenommen von, oder angefangen von Spivax, kennt Subaltern-Speak. Das ist eine Serie, die schon sehr lange her erschienen ist und extrem viel Aufwand oder extrem viel Aufregung in der Theorie oder überhaupt in diesen postkolonialen Bereich gebracht. Und das wäre der theoretische Ansatz, in dem wir uns extrem stark anknüpfen mit unseren Arbeiten und dann im zweiten praktischen Teil ginge oder sollte mehr darum gehen, welche Aktionen dementsprechend sich überschneiden mit dem, was wir, also was in Theorie, beziehungsweise was wir in Praxis einbringen. Kurz hat er schon Rödinger erwähnt, Hülmann zu zum Beispiel oder anderen Arbeiten, die wir an die marginalisierten oder subalternen oder untergeordneten Menschen geht. Das heißt, wie kann man bestimmte Strukturen, vor allem institutionellen Bereiche, hinterfragen oder in Wackeln bringen, wo man dann diese marginalisierten Menschen oder diese unterordneten Menschen, die irgendwie nicht an diesen hegemonialen Strukturen teilnehmen können, wieder reinzubringen, ohne dass eine gewisse, kann man sagen, oberflächliche oder so halt provisorische künstlerische Situation dargestellt wird. Also als Beispiel jetzt, wenn man eine Aktion tut, dann musste man immer wissen, wie das am besten subversiv wirkt, das heißt, wie man in eine Struktur hineingeht, ohne dass man jetzt sofort gewisse Alarme in die Alarmsituation bringt oder dass man die gewisse Situation gleich so weit aufpusht oder so Glocken macht, dass die gleiche Gesellschaft oder diese selbe Struktur, die man so praktisch hinterfragt, sofort in eine Offensive oder so eine Position gehen, die sind nicht mehr greifbar. Okay, also ich komme jetzt mal zurück zu diesem theoretischen Teil. Wenn man über die Repräsentation spricht, wie ich gesagt habe, das musste man sich immer mit der Frage, also mit diesem gegenwärtigen Diskurs im Theater, Zweifel ohne die Politik der Repräsentation in Einklang bringen. Das heißt, das ist auch so gleich mit der postkolonialen Theorie zusammen, die dann natürlich ihre Kernstücke oder der wichtigste Begriff, der diese Konzepte, das zentralste Konzept postkolonialer Theorie ist eigentlich wie die Superinertität, also diese Subalternen oder halt Untergeordneten. Der Begriff kommt schon noch länger aus diesen marxistischen Ideen von Gramsci und befasst alle Menschen oder diejenigen, die keiner hegemonialen Klassen angehören oder politisch unorganisiert sind oder nicht über ein Klassenbewusstsein verfügen. Mit anderen Worten würde man sagen, das sind die alle Menschen, die keine Kenntnisse darüber haben dürfen, dass es einen öffentlichen Raum gibt und diese einen als Bürgerinnen etwas schuldig ist. Das heißt, wenn die Menschen für ihre Rechte nicht eintreten, dann sind sie meistens dann subaltern. In diesem Essay, wie ich gesagt habe, kennt die subalternen Spieg von Spiwak aus 1988, bezieht sich auf zwei wichtige Prozesse, als auch als einen Kritikpunkt auf die Überlegung von Foucault und Deleuze, die besagt, die Repräsentation der Untergeordneten praktisch strikt ablehnen sollen, die diese schliesslich selbst sprechen können und hierfür keine Intellektuellen brauchen würden, die aus ihrer Sprecher fungieren. Die Spiwak kritisiert das aufgrund der bestimmten Beispiele, die sie in den Essay reinbringt. Auf einem Beispiel eine Witweverbrennung in Indien, die sie sagt, das würde praktisch aus beiden Perspektiven ausgenutzt. Einerseits würde aus diesem patriarchalen ES-Aspekt ausgenutzt, dass die praktisch indische Bevölkerung gesagt hat, naja, das ist eigentlich, die Frauen wollten tatsächlich sterben. Und dann aus anderer Perspektive, aus diesem kolonialen Aspekt, die besagt, dass zum Beispiel die britische Kolonie, das wissen wir halt in Indien, die besagt, aha, okay, also ganz klassische Beispiel, diese privilege of whiteness, das heißt, den weißen Männer, die braunen Frauen von braunen Männern retten. Das würde dann sagen, dass sie praktisch einen gewaltsamen Imperialismus im Namen der zivilisatorischen Mission gerechtfertigen. Die beiden Beispiele, die sie da reinbringt, in diesem Essay, beziehungsweise analysiert, will sie damit sagen, dass keine von diesen beiden Beispielen lassen, die Subalternen, also praktisch jetzt die Frau, für sich selbst zu reden. Das heißt, jeder nutzt die Gelegenheit, darüber hinaus etwas zu deuten. Also von einer Seite wollen sie sagen, dass dieser britische kolonialen Bild würde heißen, das Bild eines inhumanen und barbarischen Indiers zu zeichnen. Und andererseits würde sie sagen, das ist so ein auftretendes indisch-nativistisches Argument. Das heißt, das gehört zu dieser Bevölkerung. Aber, dann sagt sie, in beiden Betrachtungen findet sie nicht die eigene Stimme der Frauen. Anstattdessen spricht sowohl das Einheimische als auch das koloniale Patriarch für die subalterne Frau, wodurch diese voll und ganz zum Schweigen gebracht wird. Und da kommen wir wieder auf diese Sprechen. Also für sie heißt nicht da, wie öfter in dem deutschsprachigen Raum übersetzt würde, würde für sie nicht in erster Linie Sprechen bedeuten Reden, sondern würde halt heißen eher, dass über das Wesentliche und das heisst, das Hören praktisch, diese, wie sag ich nochmal, genau das Gehör zu verschaffen. Das heisst, das Hören hegemonial strukturiert ist. Also, da gibt es noch in einem anderen Assay, was darüber ist, es würde genauso schön beschrieben, ich zitiere kurz, ihre Aussage, dass die Subalternen nicht sprechen können, bedeutet deswegen aber keinen Weg, dass die weiblichen Subalternen über keine Handlungsmacht verfügen, sondern dass das Zuhören hegemonial strukturiert ist. Also, das heisst, darüber hinaus kommt sie, also diese Stimme kommt nicht, trotzdem nicht weiter und sie würde natürlich auch kritisiert von anderen Wissenschaftlern, dass sie praktisch keine, wiederum keine Alternative dazu bietet. Also, das heisst, sie stellt alles in Hinterfrage und versucht diese Lernprozesse oder das Verlernen als eine Möglichkeit innerhalb von Europa, vor allem innerhalb von europäischem Raum, als eine Lösung darzustellen, aber doch gibt sie keine richtigen Antworten darauf. Und da komme ich jetzt zurück zu diesen wichtigen, das heisst, diese Repräsentation wird natürlich aus zwei Ebenen gebaut, weil einerseits geht es nicht nur um die Frage, über was gesprochen wird, sondern auch um die Frage, wer für wem spricht. Und da kommen wir praktisch um diesen Vertreten, das ist eher dieser politische Blick hinter dem Begriff Repräsentation. Und dann kommen wir auf diesen psychologisch-philosophischen nochmal Darstellen, das heisst Sprechen von, das wäre die zweite Ebene, das, was wir praktisch dann versuchen, jetzt im Theater zu kritisieren oder überhaupt in Darstellende oder in Theaterpraxis hinterfragen. Das sehen wir sehr leicht anhand von Beispielen mit Flüchtlingen, dass zum Beispiel viele Theaterhäuser heutzutage nehmen, die Flüchtlinge auf der Bühne, um die Empathie zu erzeugen. Das machen natürlich auch sehr viel, nicht vielleicht anhand von Flüchtlingen, aber anhand von bestimmten Themen, also die populistischen oder rechtspopulistischen Themen, was wir in jüngerer Zeit wissen alle, dass die mit solchen Themen kokettieren, um bestimmte Empathie erzeugen. Das heisst, oder halt Ängste schaffen, das heisst bestimmter Boden dafür zu eignen, damit man dann besser ins Licht oder besser darüber kritisieren oder laut werden kann. Das sind diese, alle Repräsentationsmechanismen, die keinen von diesen marginierten oder diesen einfachen Fällen nicht sprechen lassen, also was jetzt aus dieser postkolonialen Theorie heraus, was man herauslesen kann. Es geht weiter natürlich darüber hinaus, über bestimmte Stereotypen, über diese Schweigenkultur oder über die Begriffe repräsentatieren und neu definieren. Das ist natürlich jetzt das Selbstrepräsentatieren. Es müssen eigentlich neue Umstände geschafft werden, in denen dann identitätspolitische Kämpfe marginalisierte Gruppen in der Praxis durchaus wichtig sein können und kulturelle Anerkennung zu erstreiten. Das sind die zwei wichtigen Punkte, die ich da jetzt kurz so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Man musste sich natürlich darüber viel breiter und viel detaillierter auseinandersetzen. Nur in dem vielleicht jetzt, in dem Kontext, wo wir jetzt gerade sind, kommen wir lieber vielleicht auf diese zweite Ebene, wo wir dann eher so künstlerisch beziehungsweise mit diversen Aktionen und Performances in der Wirklichkeit tauchen und aus Praxis oder aus diesen angewandten Versuchen, das genauer hinterfragen mit bestimmten Formen, Methoden, natürlich in Bezug auf konkrete, realen Themen gemeinsam mit den Betroffenen. Wo ich kurz jetzt das Thema Flüchtlinge angesprochen habe, haben wir so in den letzten zwei Jahren eine Trilogie versucht zu machen, also aus drei Teilen, das Thema zu irgendwie innerhalb von europäischem Raum, innerhalb von auch darstellender Kunst klarzustellen und positionieren. Wir sind jetzt bei zwei Teilen. Ein erster Teil haben wir bereits in Leipzig entworfen und zweiter Teil innerhalb von Donau-Festival in Krems gemacht. Im ersten Teil haben wir uns mehr mit diesem Kernstück, dieser Diskussion von Angst beschäftigt. Das heißt, unsichtbare Angst wird plötzlich groß und sehr, sehr, sehr mächtig. Und wie gehen wir damit um? Was wird da irgendwie, was wird wichtig innerhalb von diesen Häuser oder Institutionen, was wird wichtig da irgendwie erleuchten oder sichtbar machen? Weil auch innerhalb von diesem postkolonialen Begriff, Subalternen, geht es auch darum, etwas sichtbar zu machen praktisch und die Bedienung dafür zu schaffen. Und da haben wir uns versucht, im Rahmen unserer Recherche erstens mal hinterfragen, diese ganze mediale, breite, medialen, wie sagt man das, Problem zu stellen und sagen, okay, woran liegt es, dass medial so repräsentativ wird, eine Angst oder einen Europäer greifbar zu machen, so dass er an gewissen Glauben und an gewissen Postulaten wie Menschenrechte oder allen möglichen demokratischen Systemen irgendwie zweifelt plötzlich. Und vor allem, woher kommt plötzlich diese Idee von der Krise? Weil im Zuge der Recherche haben wir festgestellt, dass die meisten Medien, so wie Menschen herum, von der Krise sprechen. Und da war uns natürlich komplett nicht klar, was für eine Krise, was treibt das und wo ist die Position dieser Institutionen oder diese Theaterhäuser, konkret jetzt gesagt, bei unserem Fall, dass sie plötzlich jetzt alle versuchen, also am meisten versucht haben, in der Zeit mit dem Thema irgendwie umzugehen, um gewissen Abonnenten und gewissen Publikum zufriedenzustellen. Und da ging es zum Beispiel in Dresdner Schauspielhaus haben die Flüchtlinge und gewisse Repräsentanten, die wieder, so kommen wir zu diesen Spivax-Ideen, die für die sprechen und von denen sprechen, plötzlich sich so da irgendwie inszeniert haben. Oder zum Beispiel von dem Intendant der Leipziger Schauspieltheater, weil bei denen heißt es nicht Schauspielhaus, deswegen ist immer dieser Begriff komisch, Schauspieltheater, wobei würde ich sagen, Schauspielhaus, hat er auch auf große Glocken versucht, Schutzbefohlenen von Jelinek zusammen mit einem Stück aus Antike, Schutzfliehenden von Asheville zusammenzubringen. und hat er sich nochmal damals in unserem Gespräch ganz deutlich geäußert, quasi sein politischer Anlass oder seine politische Besorgnis ist, dass man nicht absichtlich nicht die Flüchtlinge auf die Bretter bringen soll, sondern dass man über die unbedingt berichten soll und sprechen lassen soll. Deswegen hat er den Statisten so eine Ausschreibung gemacht und hat so Chore geholt und bestimmte Statisten aus Leipzig, also Leipziger und Leipzigerinnen geholt und die als Flüchtlinge irgendwie oder Fliehende auf der Bühne gebracht hat. Und das war natürlich für uns nur weh, also keine Chance, mit sowas zu arbeiten, da haben wir uns extrem stark konfrontiert in der Zeit, weil wir haben gerade in der Zeit unsere Trilogie angefangen haben, die hieß Neueuropäische Tragödie und wie ich gesagt, der erste Teil hat sich mehr mit diesen Angst befasst und versucht halt an diesen Zustände zu gehen und haben ja versucht praktisch nur darüber zu reflektieren oder über diesen Umständen zu reflektieren, also über die Institution selbst, über den Anlass, wer von wem spricht, wozu diese Empathie, wenn sowieso am Ende des Theaterstücks mit einem Upload alles endet und dann trinken wir schön Wein danach. Also da sind die jetzt, ironisch gesagt, dass diese tatsächlichen Umstände, die in diesen Häusern auch tatsächlich passieren, und das haben wir hinterfragt, das ist natürlich denen überhaupt nicht gut gegangen dabei, haben sie überhaupt keinen Bock drauf gehabt, haben wir uns einfach extrem zerstritten, aber halt in einem ganz normalen demokratischen oder diskursiven Weg, dass wir gesagt haben, das, was sie machen, werden wir genau das als Thema nehmen jetzt und das einfach nochmal darüber hinaus reflektieren. Ich kann euch anschließend nochmal über diese Arbeit mal kurz zeigen, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, damit wir die Zeit gewinnen, ist die Human Zoo, was der Rudinger schon angekündigt hat, das ist eine ältere Arbeit, ich schließe nur noch die Runde kurz mit dieser Tragödie, den zweiten Teil haben wir in Österreich gemacht, hieß, niemand hat euch eingeladen, das ist ja wieder ein Zitat, das aus tschechischer Regierung ausgegangen ist, die über Flüchtlinge damals gesagt wurde, nach dieser sogenannten Balkanroute, die gesagt haben, niemand hat euch eingeladen, lustigerweise in der Zeit, wo wir das gemacht haben, Feinmann wiederholt der gleiche Satz, bei einer Pressekonferenz zusammen mit ÖVP, ich habe sie nicht eingeladen, meine Regierung hat sie nicht eingeladen, ich weiß nicht, wer sie eingeladen hat. So praktisch alle, wollten sie alle so auf die Kappe von Merkel, zu schieben und sagen, okay, das ist unsere Mama Merkel, also Mutti Merkel hat alles gemacht, und jetzt müssen wir alle dafür so irgendwie zünden und unsere Ruhe jetzt bewältigen, und das war in Krems bei Donau-Festival und dafür haben wir ein Plakat gemacht, das kann ich euch nachher zeigen, wo wir, weil ein Thema in dem selber, in der Performance gibt es ein starkes Bild von Kokos-Clan, wo wir dann einen Kokos-Clan gebildet haben, aus Medial geschaffen, aus einer Situation, aus einem tiefen Dunkeln und aus einer tiefen Distanz zum Publikum, die extrem polarisiert war, absichtlich, also wir haben eine Inselnstruktur geschaffen, die irgendwann im Laufe der Performance mit einer riesigen Wand geteilt wird, ein Teil wird komplett abgeschöttert, kriegt nichts mehr mit, komplett weg, also die kriegen überhaupt nichts mehr, was passiert, sie könnten eventuell geschmuggelt werden auf die andere Seite, damit sie weiterverfolgen können das Stück, aber es gibt diesen einen Moment, wo sie dann in weißen Kokos-Clan kommen rein, machen so eine Struktur von Menschen, und dann wird praktisch noch eine mediale Projizierung aus einer kleinen Portabel-BIMA, über die mit Rot-Weiß-Rot projiziert. Da entsteht ein total schönes Bild, also das war auch das Plakat dann vorher und da wird auch von Ungarisch gesprochen, wir haben einfach ein Land genommen, also begonnen von diesem Urbanismus, darüber hinaus hat sich diese Rechtswelle von Osten auf die Westen geschlagen und da haben wir praktisch diese Projizierung als eine Nation, wir konnten natürlich eine andere Nation auch nehmen, aber es ist immer stärker, eine Nation in den Mund zu nehmen, darüber hinaus reflektieren die alle anderen natürlich. Wenn man nur EU nehmen würde, würde sich keiner betroffen fühlen. Deswegen, wenn man Österreich nimmt, dann wird man sich als Österreicher darüber hinaus aus Kroate oder was immer gleich angegriffen, also fühlen. Da sind wir wieder bei diesem Thema, wie greift man halt, wie kommt man auf diese, auf diesen, auf diesen Ebenen aus ihnen zu greifen, und also sogenannten Hacking und auf die bestimmten Formen und bestimmten Systeme, Strukturen, nicht nur verändern, sondern auch komplett so dekonstruieren und neu positionieren. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Human Zoo, weil das war ihr zweiter Teil, dritter Teil, wird halt auch jetzt im nächsten Jahr stattfinden, beschäftigt sich mit dem Thema Hoffnung. Und Human Zoo war auch im Zuge des Live Art Festivals in Hamburg auch so eine ältere Idee, die wir längst beim Wiener Festwochen realisieren wollten, dann hat sie irgendwie umgeschlagen, dann haben wir doch beim Wiener Festwochen vor ein paar Jahren Österreicher integriert, euch gemacht, anstatt dieser Human Zoo. Human Zoo ging es dann in Kampnagel und danach wieder in mehreren Städten, also auf jeden Fall auch beim Donau-Festival und natürlich alle Schlagzeilen waren komplett voll mit dem Thema, wie kann man so bescheuert sein, dass man so Menschen ausstellt und das ganze deutsche Parlament, oder ich weiß nicht, wie das bei Deutschen, das ist nicht Parlament, anderes heißt das in Deutschland, auf jeden Fall würde auch zum Thema, direkt in der Grünen haben angefangen und CDU hat sich auch dazu geäußert, also quasi, dass eine Menschenwürde dadurch verletzt wird, weil Hartz IV wurde ausgestellt und die kriegen halt Geld vom Staat etc. Aber es war so, dass wir so praktisch einen Human Zoo oder Menschen Zoo aus Randgruppen gemacht haben und wir haben praktisch geschaut, was unsere Gesellschaft produziert, nichts anderes als einfach so sukzessiv geschaut, aha, okay, wir haben einen Flaschensammler, wir haben einen Hartz IV, wir haben einen ehemaligen Gefangenen, ehemaligen Knacki, dann haben wir so, natürlich wie immer überall so Obdachlosen, also wir haben dann auch vielleicht einen früheren Rentner, dann haben wir eventuell eine andere Rangruppe wie Roma, dann haben wir auch Asylsuchende, also sind alle, oder Punker, also wir haben natürlich versucht, also eine buntere Struktur darzustellen oder so irgendwie filtrieren, nur anhand von diesen Strukturen oder Tageslohner, sogenannten Arbeiter, also von Arbeiterstrich auch und das ist alles, was unsere Gesellschaft produziert. Und jetzt plötzlich, wenn man diese Menschen in einem gewissen Format, also in einem bestehenden Format, wie etwas Zoo, hinter den Kitas steckt und sagt, okay, das ist ein Bild unserer Gesellschaft, die wir was machen, dann haben wir noch fünf Minuten. Wird natürlich das sein, dass die Leute sich aufregen, wie kann man so bescheuert sein zum anderen Menschen. Und dann hat er, zum Beispiel lustigerweise, hat er selber Obdachlosen bei einem Interview, weil es waren überall alle Fernsehs da und war RTL und war ARD und, 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 Bild-Zeitung und war lustige Anekdote, das sage ich gleich anschließend, dann hat der Obdachlose ziemlich schön das formuliert, hat gesagt, naja, mit diesen Kita oder durch diese Kita bin ich plötzlich sichtbar geworden. Also plötzlich bin ich jetzt aufmerksam für die Gesellschaft. und was jetzt noch ganz wichtig ist da zu sagen, bevor ich die Anekdote ziehe, ist, dass wir jetzt praktisch also wieder zurück zu diesem theoretischen Teil, das heißt, sprechen für oder diese Vertretung und sprechen von dieser Darstellung ist in gewissen Sachen involviert in der, in Humor und so von beiden Seiten, aber wir haben jetzt wieder nicht so versucht, von denen zu sprechen oder für die zu sprechen, sondern wir haben nur eine Installation oder diese Bedienung, was sie jetzt, was die SPIWAG, wovon sie spricht halt, wir haben diese Bedienung geschaffen, dass sie da, dass sie da sind. Also das heißt, wir haben jetzt wieder nicht, was die viele Theater-Communities oder Theater-Gruppen diese Gefahr laufen, dass sie halt über die sprechen auf einer intellektuellen oder professionellen Ebene und laufen sie natürlich der Gefahr, weil sie dann wieder instrumentalisieren beziehungsweise ästhetisieren wieder diese Menschen. Das war genau, was wir nicht gewollt haben, was uns auch gelungen ist, dass wir nicht von diesen Menschen sprechen, sondern dass die Gesellschaft plötzlich hat, sich selber gefangen gefühlt hat. Also meistens haben die Menschen sich irgendwie bedruckt gefühlt oder gefangen gefühlt, dass sie plötzlich hinter der Gitter stehen und die Menschen, die hinter der Gitter tatsächlich in der Installation sind von diesen 200 Quadratmetern, plötzlich sie sind sozusagen frei. Und diese Anekdote war lustig, dass der Hamburger Post, also Morgenpost, das ist so Boulevardzeitung wie hier, Krone, aber halt nicht so heftig rechts, dass sie gesagt haben, die wollen das gleich auf Coverseite bringen, der Hühmann-Zoo, haben sie es gebracht. Erst der Hühmann-Zoo im Winterhude, haben sie so geschrieben, war lustig. Was auch natürlich interessant ist, was für uns war echt wichtig, dass diese Medien auch wieder etwas verbreiten, die haben jetzt plötzlich wie einen Knochen geworfen, dann Medien haben extrem heiß drauf und haben sie sich gegenseitig extrem gegriffen und so bestimmt übereinander so berichtet haben, wie zum Beispiel wie diese Anekdote. Da kommt der Bild-Zeitung-Typ, würde irgendwelche Praktikanten oder ich weiß es nicht, also einen jüngeren Journalisten geschickt, dass er darüber berichtet. Kommt die RTL und will das auch und sie wussten nicht, wie sie das machen und dann hat der Bild-Zeitung und wollte aus inneren Strukturen so praktisch berichten, wie das ist, wenn man insassen ist, so praktisch von Hühmann so. Das heißt, wie man, es gab so einen Kiosk, man konnte Fütter kaufen, wie zum Beispiel so fertige Chicks, man könnte den Frührentner bringen und eine Banane oder whatever und dann Fütter durch den Gitter. Dann haben wir so alles so ausgeschnitten, haben wir auch so gleiche Strukturschilder und alles Beschreibung, wie im Schönbruner Zoo gemacht haben, welche aus welcher Art, Lateinisch, Bilder, etc., alles und es gab auch eine Hege praktisch in Vorbereitung, also eine Nazi-Hege, so quasi in Bauarbeiten hier in Kürze entsteht eine Nazi-Hege und dann kommt der und dann schließt er sich rein, haben wir ihm zugelassen, haben wir extra einen gebaut für ihn und dann hat der RTL über ihn berichtet, hat er ihm gefilmt. Also es war total krass einfach. Und ja, also das sind die halt die subversiven Situationen, die man natürlich also klar an die Gesellschaftsstrukturen greift und aber halt trotzdem so bleibt unspektakulär. Deswegen haben wir in vielen Aktionen nie gesagt haben, dass wir Künstler sind, dass wir sagen immer, wir sind von Stadt Wien oder Stadt Hamburg, etc. Das macht die Struktur noch heißer, also das macht diese Auseinandersetzung noch heftiger, wie bei Österreich integriert euch, wir haben gesagt, Stadt Wien hat das gefördert, das war natürlich heftig für die, das geht nicht, das kann man nicht machen. Steuergelder, wie soll das heißen, was heißt jetzt, Österreich müssen sie integrieren. Also man kann schon Hacking machen, wenn man nur so bestimmte Formen und Methoden anwendet, auch in bestimmten oder gewissen Strukturen hinein. also man darf aufpassen, deswegen wollte ich auch so ein paar Beispiele bringen, wo die Theaterpraxen anhand von bestimmten Theatergruppen sich selber verarbeiten. Zum Beispiel der, ganz kurz, der letzte, letzte Ansatz, das von den, das ist richtig krass, also ich war wutend, wo ich das gesehen habe, zum Beispiel von den Milorau, es gibt so eine Arbeit, das hat er in Belgien gemacht, also jetzt tut halt das, weil der Milorau ist einer der Schweiz, aus Schweiz der bekannteste Künstler, also Five Easy Pieces heißt es, die Arbeit. Es geht um einen Kindervergewaltigen oder so ein Typ aus Belgien, der so unglaublich viele Kinder vergewaltigt hat. Und er macht seine Arbeiten so, dass er zum Beispiel bei der Arbeit hat er auch diese Radio gemacht, hat auch so, also ich finde das extrem fragwürdig, wie er das arbeitet. Er hat diese Kinder geholt, hat ein Casting gemacht, aus dem Theater gemacht und hat extrem stark mit jeder Szene, mit jeder Theaterinszenierung kalkuliert, was sie gesagt was sie sagen sollen, dann hat er die Kinder instrumentalisiert, die haben irgendwelche Briefe gelesen von diesen wirklichen Kindern, die vergewaltigt worden sind, umgebracht worden sind und er hat einfach diese Zwangsstruktur angewendet, dass das Publikum praktisch im Mund gesessen ist und wusste nicht, wie sie damit umgehen soll und ich finde es genau verkehrt, dass diese neue oder gegenwärtige Dramaturgie eben genau das andere ist, wie verhalte ich mich dazu, wie positioniere mich, es geht um mich, wie verhalte ich mich dazu, was muss ich machen und so weit und so fort, vielleicht mache ich jetzt mal hier Schluss und wir machen in der anschließenden unserer Diskussion diese Fragen und andere Produktionen, weil ich hätte noch eine Produktion, die sehr lustig sind für unseren Diskurs, aber auf jeden Fall Kernstück unserer Arbeiten ist jetzt nicht politisches Theater, sondern theaterpolitisch machen. Danke.